Gerne widmen. Nicht jemandem selbst oder einer Institution, sondern für alle die, die kürzlich jemanden verloren haben oder etwas, was ihnen sehr wichtig war, verloren haben. Das heißt Lost. Ja, ja und ja, egal. Also, der geht an alle raus, die vor nicht allzu langer Zeit, oder das kann mal was länger sein, etwas, was ihnen sehr wichtig war, verloren haben. Weißt du, Schlüsselbund? Weißt du, da waren wir Stefan, da kann ich schönsten Sachen rumieren. Vielen, vielen Dank Stefan! Jedenfalls, genug der Worte, hier kommt raus für uns, für euch, für alle. Viel Spaß! Wir hören zu Montag! Was ist das, was ich? Ich sage Jesus, was ich? Was ich weiß? Ich habe Angst, was ich? Ich bin mir für die Worte. Ich bin mir für die Worte. Ich bin mir für meine Worte. Ich bin mir für die Worte. Ich kann es nicht mehr so weit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017